Praxisteil 2 Fertigkeiten Kapitel 43 Camps Der schönste Augenblick des Tages ist der Moment, wo angehalten und Camp gemacht wird. Es ist wie Feierabend nach harter Arbeit. Damit es das auch bleibt und das traute Heim sich nicht urplötzlich in eine Falle verwandelt, aus der es kein Entrinnen gibt, sind Lagerplätze besonders sorgsam zu wählen. Sie sollten zwar romantisch sein, die Psyche will sich schliesslich auch laben, sie sollte aber nie in regengefährdeten Mulden oder Schluchten liegen, nie an hochwasserträchtigen Urwaldflüssen, in Eppezonen oder am Rande des Eises. Man säubert sie gegebenenfalls von Dornen, Gestrüpp, Gestein und macht sie übersichtlich. Man sollte von den Zelten aus die Umgebung übersehen, um noch Reaktionszeit bei Überraschungen zu haben. Man hält bei drohender Gefahr das Feuer mit trockenem Holz, rauchlos und klein und baut einen Sichtschutz um den Lichtschein. Nachts wird das Feuer gelöscht oder gut bedeckt. In besonders unsicheren Gebieten sucht man sein Camp erst so spät wie möglich, am besten in der Dunkelheit. Man verzichtet auf den Aufbau der Zelte, rollt sich ins Dickicht und verzichtet ausnahmsweise auch auf die Romantik. Man hält sein Gepäck übersichtlich und griffbereit zusammen. So ist es weitgehend geschützt gegen Tiere und Diebstahl. Im Notfall kann man es schnell schnappen und ohne Verlust fliehen. Den Überlebensgürtel dreht man auf den Bauch, wenn man auf dem Rücken schlafen möchte. Aber man legt ihn nicht ab. Die Hosentaschen sind verschlossen, Klettverschluss. Man möchte ja nichts verlieren. Vorm Einschlafen vergewissert man sich nochmal kurz, wo sich was befindet. Man programmiert sich darauf, entweder beim leisesten Geräusch oder vor Morgengrauen aufzustehen. Wenn möglich, sollte jemand wachen. Oft empfiehlt sich die Begleitung eines Hundes. Futterproblem. Je unsicherer die Umgebung erscheint, desto eher solltest du wieder aufbrechen, am besten während der Dunkelheit. Das Messer steckst du neben dich in den Boden. Der Revolver ist angebunden am Holster. Das Gewehr liegt unterm Kopfkissen. Die Reservepatronen hast du in der oder jener Tasche. Die Taschenlampe ist griffbereit. Beim leisesten Geräusch bist du wach. Wer nicht total erschöpft ist und Erschöpfungen solltest du in Krisentagen vermeiden, wird wach, wenn eine Maus durchs Gras läuft. Spätestens aber vor dem Hellwerden greifst du, blind, deine sieben Sachen und verlässt den Platz. Wirst du verfolgt und hast gerade noch dein bisschen Leben gerettet, wirst du manches anders machen müssen. Du musst dich mit weit weniger Komfort begnügen. Es gilt, dieses bisschen Leben zu erhalten. Die Verfolger hast du abgeschüttelt oder du hast einen guten Vorsprung erreicht und kannst dir eine Verschnaufpause leisten. Gleich kommt die Nacht mit ihrer Kälte. Dann folgen Durst und Hunger. Ein voller Bauch nützt dir wenig, wenn du nachts erfrierst. Neben der Kälte ist es der Wind, der dich auskühlt. Schare dir eine Mulde. Wirf den Aushub als Wall auf die Windseite. In Felswüsten lässt sich eine Steinmauer bauen oder eine Ritze finden. Musst du immer noch mit Verfolgung rechnen, tarne den Aushub mit welchem Laub oder lass ihn verschwinden, im Fluss, in Spalten. Tarne dein Gesicht mit Schmutz oder Ruß. Das nächstwichtige ist eine Matratze, denn der kalte Boden raubt dir ebenso viel Körperwärme wie der Wind. Sofern vorhanden, pack zu unterstreißig und darauf Laub, Gras, überflüssige Garderobe, Papier oder, wenn du deinen Überlebensgürtel noch hast, die Aluminiumfolie. Sie erspart dir Wuldenbau und Matratze. Es sei denn, du möchtest weich liegen. Ist dein Gebiet regnerisch, so versuchst du, eine Hütte zu bauen. Für eine Nacht genügen die einfachsten Unterschlüpfe. Schräg gegen Felsen gestellt, dicke Äste, dicht bei dicht oder gefallene Bäume, die dann mit Grasoden abgedeckt werden. Wem der Erdboden zu sumpfig ist, der sucht sich ein Nest im Baum. Wichtig dabei ist, dass die Füsse während des Schlafens eine feste Auflage haben, sonst staut die Blutzirkulation. Genauso wichtig ist es, sich anzubinden. Nachteil des Baumverstecks, im Falle der Entdeckung ist jeder Fluchtweg abgeschlossen. Und auf Bäumen sucht man Verfolgte zuerst. An Erdabbrüchen lassen sich auch sehr gut mittels der Hände und eines kräftigen Grabstockes Höhlen scharren. Der Eingang bleibt klein oder wird, je nach Sicherheitsbedürfnis, bis auf ein Luftloch ganz zugeworfen. Höhlen lassen sich besonders gut im Schnee machen. Man legt sich auf den Rücken, wühlt sich zappelnd ca. einen Meter senkrecht hinunter und gräbt sich dann waagrecht weiter. Auch bei der Schneehöhle wird besonders die Decke der Schneehöhle angeklopft, und zwar kuppelartig. Diese Bögen schützen sehr stabil gegen Einsturz. Mit der Bogenbauweise haben unsere Vorfahren in Ermangelung von Eisenträgern die herrlichsten Häuser, Dome, Paläste gebaut. Künstliche Höhlen sollten klein und dicht gehalten werden. Besonders Schnee ist ein guter Isolator. Das liegt an seiner lockeren und lufthaltigen Struktur. Und da jeder menschliche Körper ungefähr so viel Wärme abgibt wie eine 70 Watt Elektrobirne, wird es bald schon erträglich mollig. Häufig findet man fix und fertige Höhlen unter weitausladenden Tannen, wohin der Schnee nicht wehen konnte. Eine andere Notbehausung ist der simple Windschutz aus Ästen und Blättern. Dazu rammt man im Abstand von 2,50 m zwei Astgabeln in die Erde. Von Gabel zu Gabel wird ein gerader Ast gelegt, gegen den wiederum schräg andere angelehnt werden. Diese verbindet man in Flechtweise oder aber man hat astreiche Schrägstöcke gewählt, über die man wiederum Querlatten legt. Über die Querlatten hängt man grosse Blätter wie Huflattich, Ahorn oder Schilf. Oder man nimmt Baumrinde. Viel Flechtarbeit lässt sich sparen, wenn man sich einen Tunnel aus biegsamen Zweigen baut oder eine Kuppel oder das Tipi der Indianer. Kreisförmig zusammengestellt, lange Rundhölzer und Baumrinde. Sie werden entweder dicht bei dicht gestellt oder etwas auseinander und mit Querhölzern und Blättern abgedichtet. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und je länger man an einem Ort zu verweilen gedenkt, desto sorgfältiger wird man seine Unterkunft bauen. Das reicht über den Iglu bis zur Blockhütte mit Feuerstelle und Vorratslagern. Diejenigen Waldläufer, die sich für die Tundren der Polarzone interessieren und dort in einer eigenen Blockhütte leben möchten, sei Hans-Otto Meissner die überlistete Wildnis aus dem Bertelsmann Verlag empfohlen. Es enthält genaue Bauanweisungen. Für jugendliche Waldläufer, die in heimischen Wäldern trainieren möchten, gibt es ein sehr ausführlich bebildertes Bastelbuch von Andrea Mercanti, Abenteuer unter freiem Himmel, Mosaikverlag. Ihm kann man unendlich viele praktische Bauanleitungen entnehmen. Kapitel 44 Alarmanlagen Wer keinen Hund mit sich führen will oder kann, wer infolge Erschöpfung zum Wachen nicht imstande ist, wer sich nachts nicht sicher fühlt, der sollte sich mit einer Alarmanlage schützen. Für Globtrotter empfehlen sich vier Methoden. Man stapelt vielbrüchiges Reisigholz um sich herum, das niemand geräuschlos überschreiten und vorträumen kann. Man spannt über die gefährdeten Anschleichpfade einen Nylonfaden Anglerschnur, der bei Berührung etwas Lärmendes vom Baum fallen lässt oder man bedient sich der praktischen Alarmkugel, die in den Globtrottershops zu haben ist. Dabei handelt es sich um eine Metallkugel. Sie wird Batterie gespeist und enthält eine Sirene. Der Heulton geht in dem Moment los, wo sie geringfügig angestossen und von ihrer winzigen ebenen Standfläche gestossen wird. Billiger und ebenso wirkungsvoll und nach demselben Prinzip einsetzbar ist der allbekannte japanische Lachsack. Er wird meist in Spielwarengeschäften gehandelt. Er muss so mit der Stolperschnur verbunden sein, dass der Lachmechanismus bei Berührung der Schnur ausgelöst wird. Der Erfolg des Lachsackes ist deshalb so verblüffend, weil er in der Wildnis unbekannt ist und lachen das allerletzte ist, auf das der Anschleicher vorbereitet ist. Wer sein Auto mit simplen Mitteln schützen will, besorge sich eine möglichst echte, künstliche oder eine harmlose echte Schlange und lasse diese auf dem Fahrersitz liegen. Die panische Angst Einheimischer verschlangen wirkt Wunder. Kapitel 45 Gefahren durch Tiere Ich wusste, der Biss einer Buschmeisterschlange ist tödlich. Serum hatten wir nicht dabei. In der feuchtheissen Luft des Dschungels würde es bald verderben. Und Trockenserum hatten wir nirgends bekommen. Im Übrigen kenne ich mich mit Schlangen etwas aus. Schon von Kindesbeinen an haben sie mich fasziniert, hielt ich sie in Käfigen oder Tropenräumen. Riesenschlangen, Kobras, Mambas, Puffottern, Klapperschlangen, um nur einige zu nennen. Auch hier in Brasilien hielten wir ständig die Augen offen, gingen wir leise, um für Wolfgangs Film Schlangen zu finden. Und nun hatten wir den Buschmeister. Ein wahres Schmuckstück für jeden Farbfilm. Er lag auf einem Baumstamm und sonnte sich. Unser kleiner Nasenbär war über ihn hinweggelaufen, ohne ihn zu sehen und ohne gebissen zu werden. Ich hatte den Buschmeister schnell, aber behutsam mit der Machete festgehalten und in einem Strumpf verstaut. Wolfgang war begeistert. Diese herrlich quicklebendigen Farbtupfern würden seinen Film beleben. Bis wir das Camp erreichten, hatte er im Geiste bereits drei Drehbücher erstellt und sagte mir, wie die Schlange nun zu agieren habe. Es war ein junger Buschmeister, nur 70 Zentimeter lang, nicht grösser als unsere heimische Kreuzotter. Mit einem kleinen Stöckchen dirigierte ich sie hierhin und dorthin, genau wie Wolfgang es wollte. Allmählich wurden die Schlange und ich müde. Ich sagte ja schon, Wolfgang wollte drei Versionen drehen und das brauchte seine Zeit. Einen Moment lang hatte ich nicht aufgepasst. Da hing der Buschmeister an meinem Finger. Obwohl er mich gebissen hatte, stiess Wolfgang einen Fluch aus. Nicht aus Sorge oder Mitleid. Wolfgang fluchte, weil er genau in dem Moment die Kamera nicht laufen hatte. Typisches Filmerschicksal. Ich hatte andere Sorgen. Die erste Reaktion war Aussaugen. Ich wusste, viel bringt das nicht. Gift mit den feinen Giftnadeln einer Schlange unter Druck ins Blut initiiert, tritt seinen Weg in die Blutbahnen an. Ausserdem durfte ich nichts zu stark saugen, denn dann würde mein Zahnfleisch bluten und das Gift konnte durch die blutenden Kiefer in den Kreislauf geraten. Schon während ich saugte, band ich mir hastig ein Seil ums Handgelenk, um das vergiftete Blut zu stauen. Sollte ich mehr als verträglich abbekommen haben, würden sich die Folgen auf die Hand beschränken. Irgendwie würde man damit schon fertig werden. Angst hatte ich im Moment nicht. Vielleicht infolge der Gewohnheit im Umgang mit den Reptilien. Die Schlange war relativ klein, hatte also entsprechend geringe Giftmengen. Die ein, zwei Tropfen würde mein Körper sicher neutralisieren können. Und ich hatte Recht gehabt. Zwar sah ich deutlich die beiden Einstiche, aber auch nach zehn Minuten merkte ich keinerlei Wirkung. Ich lockerte die Stauung. Wenn du dich wieder beißen lässt, sag vorher Wolfgang auf seine bescheidene Art. Wir drehten weiter und als alles im Kasten war, liessen wir das Tier weit entfernt vom Camp wieder frei. Zwei Stunden später wurde es dunkel. Ich schrieb Tagebuch. Verflixt dachte ich, woher kommt denn bloß die Schmiere auf den Papierseiten? Rötlich wässriger Saft verunstaltete die sauberen Blätter. Hatte ich mich irgendwo gekratzt? Blutete es? In dem Insekten Andrang wäre das kein Wunder. Aber diesmal waren nicht die Insekten die Urheber. Die Schlangeneinstiche bluteten und lümpften. Jetzt erst nach genau zwei Stunden kam die erste Reaktion. Also hatte ich doch was abgekriegt. Und dann merkte ich auch, dass der Finger dicker geworden war. Er puckerte und schwoll jetzt zusehends weiter an. Wahrscheinlich war das Gift nicht direkt ins Blut gegangen, sondern in weniger durchblutetes Gewebe. Und jetzt hatte der Körper es sich dort weggeholt. Zunächst fand ich den Vorgang noch interessant. Doch dann bemerkte ich mein Herzklopfen. Im toten stillen Wald dröhnte es mir wie Hammerschläge in den Ohren. Mensch, wir haben ja noch dieses Antischlangengift Getränk mit, fiel es mir plötzlich ein. Ich hatte mich dessen nicht erinnert, weil ich nicht daran glaubte. Aber in Brasilien gibt es diese Wundermittel in jeder schlechteren Apotheke. Specifico Pessoa contra Veneno de Cobras stand auf dem Etikett. Keinen Gummizapfer gäbe es, der ohne diese Medizin in den Wald ginge und deshalb, so riet es uns ein Freund, sollten wir es auch mitnehmen. Erstens wiegt es nichts und zweitens kann es zumindest nicht schaden. Da hatte er recht. Mit dieser goldenen Regel lässt sich jeder Nonsens als Heilmittel gegen irgendetwas versilbern. Der Ertrinkende klammert sich an den Strohhalm. So albern es klingt. Jetzt in der Patsche dachte ich auch, vielleicht hilft es ja doch, schaden wird es jedenfalls nicht. So trank ich den Saft. Er erinnerte an Kräuterschnaps, an Magenbitter oder sowas. Natürlich half er nicht die Spur. Später habe ich in Deutschland ein Fläschchen untersuchen lassen. Am 24. 1. 1980 schrieb mir Herr Dr. Konrad Klemmer vom Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt unter anderem Bei Bei allen Versuchen konnte keine schützende oder auch nur vergiftungsverzögernde Wirkung festgestellt werden. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, ist es bisher doch niemals gelungen, bei oral anzuwendenden Präparaten eine Wirksamkeit gegen Schlangengifte nachzuweisen. Ausser Abwarten konnte ich also nichts machen. Ich wollte schlafen und morgen früh weitersehen. Doch der laute Herzschlag hinderte mich daran. Der Finger war nun extrem dick, hatte sich verfärbt und war nicht mehr zu krümmen. Jetzt wurde ich doch nervös. Ich weckte Wolfgang. Kommst du an deine Schlaftabletten ran? Ich will zwei essen, damit ich schlafen kann. Wenn es morgen früh nicht schlimmer geworden ist, lass ich es von allein abklingen. Sonst musst du ihn mir amputieren. Ich sagte das betont lässig, weil ich hoffte, dass es dazu gar nicht kommen würde. Ich schlief tief und gut und stellte morgens fest, der Finger war nicht dicker geworden. Aber er klopfte stark. Hoffentlich ist es keine Blutvergiftung, gab Andreas, der Zahnarzt zu bedenken. Behalte die Wunde gut im Auge, nach dem obligatorischen roten Streifen. Wenn du ihn siehst, müssen wir gleich Penicillin in dich reinpumpen. Zwei Wochen später klang die Schwellung ab. Nach vier Wochen hörte auch das Jucken auf. Ein Schaden blieb nicht zurück. Ich hatte wenigstens eine kleine neue Erfahrung gesammelt. Anderen Wildnisläufern gegenüber hatte ich den Vorteil, Schlangen zu kennen. Wer Tiger züchtet, den werden Tiger nicht aus der Ruhe bringen. Aber grundsätzlich sollte man sich beim Biss oder Stich durch giftige Tiere wie auch Skorpione, Bienen, Wespen, Spinnen oder Muränen nicht aus bringen lassen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass viele Gebissene nicht am Gift, sondern an Herzversagen durch Angstschock sterben. Binde das von Schlangen gebissene Körperglied zwischen Bissstelle und Herz ab. Der Puls muss tastbar bleiben. Die einzige echte Hilfe ist Serum. Je schneller es gespritzt wird, desto wirksamer ist es, desto weniger Schaden richtet das Gift an. Serum neutralisiert das Gift wie Säuren die Basen. Jeder menschliche Körper hat aber auch die Fähigkeit, gegen einige Tiergifte ein eigenes Gegengift zu erzeugen. Wer entsprechende Mittel zur Hand hat, sollte darüber hinaus Kreislaufstärkende bereithalten. Ein letzter Ausweg kann der Blutaustausch sein. Gegen Sekundärinfektionen sind Tetanusspritzen und Antibiotikum anzuraten. Unangebracht und falsch sind das Aufschneiden der Bisswunden, Gewebezerstörung und der Genuss von Alkohol. In schlangenreichen Gegenden sollte man laut und krachend gehen. Nicht weil Schlangen den Lärm stören könnte, sie hören gar nicht, aber sie spüren die Vibration und suchen das Weite. Wie jedes Tier zieht auch die Schlange die Flucht einem Angriff vor. Viele Schlangenunfälle passieren, weil man die Tiere nicht zufrieden lässt. Dazu kommt die panische Angst, die viele Menschen vor allem Getier haben. Typisch für die Angst mancher Möchtegern-Abenteurer ist diese Geschichte. Mr. Gamewarden, Mr. Gamewarden, come quickly, there is a scorpion in my tent. You must shoot it, you must kill it. Herr Wildhüter, Herr Wildhüter, kommen Sie schnell, in meinem Zelt ist ein Skorpion, Sie müssen ihn töten. Der kleine dicke Amerikaner zitterte wie ein klappriger Motor und schwitzte vor Aufregung wie ein Bäcker bei der Ofenarbeit. Er war ins Zelt des Wildnishüters gekommen und verlangte Hilfe aus höchster Not. Ich suchte für Freunde dringend einige Skorpione und lief gleich mit, um mir das Spinnentier zu reservieren. Wo ist er denn? Der Wildhüter sah nichts außer den weit aufgerissenen Augen des Touristen. Da, da, sehen Sie ihn denn nicht? Er deutete aus sicherer Distanz oben an die Zeltdecke. Kaum konnte er seinen Arm stillhalten. Der Wildhüter war ein höflicher Mensch. Er verzog keine Miene, ging auf das Tier zu und nahm es mit bloßer Hand von der Plane. Das ist ein Grashüpfer, Mister. Schlangengifte sind teilweise Nervengifte, Cobra, Mamba. Das heisst, sie lahmen das Nervensystem. Es kann dem Gebissenen passieren, dass er noch weiss, ich muss mir eine Spritze geben, das aber die Hand den Befehl des Hirns nicht mehr ausführt. Schliesslich hört die Lunge zu atmen auf, während das Herz noch schlägt. Wenn Serum zu erwarten ist, kann man hier entscheidende Minuten mit Mund-zu-Mund-Beatmung gewinnen. Andere Schlangen, Wiepern, haben Blutgifte, die Blut- und Blutgefässe zerstören. Darüber hinaus gibt es noch die verschiedensten Mischungen zwischen den beiden Hauptsorten. In Ermangelung jeglicher Hilfe, vor allem von Serum, helfen im Ernstfall nur das sofortige Abbinden und Amputieren. Andere Wechselblütler mit schlechtem Ruf, wenngleich dieser schlechte Ruf nicht berechtigt ist, sind die Piranhas. Das Wasser war ein brodelndes Chaos. In 17 Sekunden hatten sie die Kuh bis aufs Skelett abgenagt. Wer hätte nicht solche oder bessere Storys schon gehört? Entsprechend war auch mein erster Schwimmversuch in einem südamerikanischen Fluss. Warum fressen die Piranhas denn nur Weisse, fragte ich mich im Stillen selbst. Warum können Indianer ungestörteren herumplanschen? Nun, ich hatte es bald heraus. Piranha-Geschichten sind durchweg erfunden. Kein Piranha greift einen gesunden Schwimmer an. Wir haben das stundenlang erprobt. Auch kein Elektrowels oder Aal tut dem Schwimmer etwas zu Leide, es sei denn, er reizt sie, wenn er sie aufgespürt hat. Angriffe von Piranhas soll es geben, bei frischen Verletzungen und wenn man sich wie tot treiben lässt. Offensichtlich werden sie auch durch rote Farbsignale zur Attacke verleitet. Als ich morgens, nach dem Zähneputzen, meine Bürste im Fluss kurz hin und her wedelte, gab es einen Ruck und die Hälfte war weggebissen. Der schwarze Piranha beißt einen Finger durch, wie wir Semmel. Ich hörte von einer Frau, die ein rotes Korallenhalsband trug und am Hals gebissen wurde. Um Piranhas zu fangen, verwenden Indianer gern rote Papageienfedern, in denen sie einen Angelhaken verstecken. Größer ist das Risiko beim Baden, auf einen Rochen zu treten. Dann schnellt sein Schwanz mit dem Giftstachel hoch und bringt dem Badenden böse Verwundungen bei. Rochen liegen sandbedeckt auf dem Grund des Wassers. Sie schlagen nur zu, wenn man auf sie drauf tritt. Schlurft man hingegen durch den Sand, dann gerät man mit dem Fuss unter sie und veranlasst sie zur Flucht. Sogar Grosskatzen gehen dem Menschen aus dem Weg. Zusammen mit Wolfgang geriet ich im Omo-Nationalpark einmal unerwartet zu Fuss in eine Gruppe von 22 Löwen. An eine Umkehr war nicht zu denken. Angst reizt Raubtiere zum Nachsetzen. Also gingen wir weiter, schräg auf sie zu. Ehrlicherweise will ich dazu sagen, dass wir jeder einen schweren Revolver trugen. Der untermauerte unseren Mut etwas. Aber was sind im Ernstfall zwölf Kugeln gegen 22 Löwen? Lass uns quatschen, schaltete Wolfgang sofort. Und so redete er wirres Zeug von Blenden über Filmempfindlichkeiten. Ich sang, mein Vater war ein Wandersmann, obwohl er Banker war. Aber es wirkte. Wir trotteten auf sie zu, lachten verkrampft, tranken Wasser und gingen weiter. Diesmal musste ich Wolfgang recht geben, als er wetterte. Scheisse, ich hab ganz vergessen zu filmen. Ein grosser, fast hundertprozentiger Schutz gegen Grosswild ist das Zelt. Bären machen da eine Ausnahme. Deshalb hängt man Lebensmittel weit vom Zelt entfernt, pendelnd an Bäumen auf, hoch genug, dass kein Bär rankommt. Man achtet beim Zeltaufbau auch darauf, nicht gerade auf dem Wechsel der Flusspferde zu campen. Diese Kolosse walzen bei einer Flucht alles nieder. Wo Flusspferde sind, gibt es mitunter auch Krokodile. Vor ihnen ist man im Zelt sicher. Keinesfalls legt man sich ins Freie ans Ufer. Krokodile können unglaublich leise herankommen und wirklich blitzartig zuschnappen. Was sie zwischen den Kiefern haben, sitzt fest wie in einem Tellereisen. Entweder ziehen sie dich dann ruckartig ins Wasser und ertränken dich oder sie drehen sich um die eigene Längsachse und kurbeln dein gefasstes Bein ab. In jedem Falle ist das dann dein Ende, sofern es dich noch interessiert. Bist du smart genug und das Krokodil hingegen gross, schluckt es dich sofort. Abbeissen kann es nichts. War es ein kleines Tier, gegen das du gross bist, wird es dich unter Wasser verstecken und bewachen. Nach drei Tagen tropischer Wärme bist du dann so soft, dass es dich nun stückweise demontieren kann. Dem Hai sind solche Probleme nicht bekannt. Er beißt sich gleich das ab, auf das er Appetit hat. Als ich als Jugendlicher vor Saudi-Arabiens Küste meine ersten Schnorchleien versuchte, in der ständigen Furcht vor Haien, sah ich auch bald meinen ersten. Verglichen mit dem kleinen Getier um mich herum in den bizarren, bunten Korallenästen erschien er mir wie der Riese Goliath, dem Kartoffelkäfer. Langsam schwebte der Hai auf mich zu. Statt, wie gelernt, zumindest zu verharren oder auf ihn zuzuschwimmen, drehte ich auf dem Absatz und schoss an Land. Dazu muss ich sagen, ich tauchte vor einer Steilküste und hatte nur vier Meter Weg. Hätte ich eine Hose angehabt, sie wäre gestrichen voll gewesen. Herzklopfend saß ich nun im heissen Sand und blickte erleichtert in Richtung Hai. Seine Flosse schnitt eine saubere Linie in die Wasseroberfläche. Plötzlich machte er einen Sprung. Drei Viertel seines Körpers hoben sich aus dem Wasser. Mein Schreck wandelte sich in Staunen und Erleichterung. Es war kein Hai. Es war ein Delfin. Eines hatte ich richtig gemacht. Ich war als Unerfahrener in der Nähe des rettenden Ufers geblieben. Und eines hatte ich falsch gemacht. Ich war geflüchtet. Das löst selbst bei harmlosesten Tieren zwangsläufig eine Angriffsreaktion aus. Haie sind ernstzunehmende Gegner. Am gefährlichsten sind sie für Schwimmer ohne Maske und Schnorchel, die an der Wasseroberfläche herumplanschen und Haie damit geradezu anlocken, ohne sie sehen zu können, ohne reagieren zu können. Besser ist es, wenn man langsam und regelmässig schwimmt. Hast du noch einen Rettungsring, ist es besser, die Garderobe anzubehalten. Erst wenn die Kleidung dich hinunterzieht, solltest du sie ablegen. Ständiges, herstiges Herumhampeln und Richtungswechsel alarmieren den Hai. Solches Schwimmverhalten ähnelt dem kranker Fische. Das löst in ihm Interesse aus. Die Gefahr für dich ist umso grösser, wenn du wirklich verletzt bist. Schwimmt man in Gruppen mit Verletzten, so gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Gesunden bilden einen schützenden Kreis um sie und schrecken die Haie zurück oder aber die Gesunden meiden die Nähe des Verletzten. Den Hai abschrecken? Wie kann man als hilf- und wehrlos dahintreibendes Angstbündel bei Schiffbruch einem solchen grossen, eleganten und schnellen Schwimmer entgegentreten? Es mag dem Laien chancenlos erscheinen. Aber alle Taucher wissen, dass dem nicht so ist. Natürlich ist der markenlose Schwimmer der gefährdetste. Schon viel sicherer ist der Schnorchler mit einer Maske und den Flossen. Er kann ohne Kraftvergeudung an der Oberfläche dahin paddeln und das Wasser unter sich kristallklar im Auge behalten. Er kann alle Fische sehen, so wie sie ihn und er kann rechtzeitig und entsprechend reagieren. Hat er gar Pressluftflaschen dabei und kann mühelos tauchen, ist er fast so sicher wie in Abrahams Schoss. Haie sind nämlich ebenso vorsichtig wie draufgängerisch. Obwohl sie nur in ihrer Jugend Feinde haben, bleibt die dort gelernte Vorsicht lebenslang erhalten. Ihre Normalkost sind Fische. In ihrer Gier schnappen sie auch nach allem, was Schiffe über Bord werfen. Haie haben schon Anker während des Falls verschlungen. Schiffbrüchige in unsicheren Booten sollten deshalb nie Abfälle ins Meer schütten. Schon gar nicht Fischreste. Sie locken damit Haie an. Zwar ist es fast ausgeschlossen, dass Haie Boote attackieren. Aber wenn sie überladen sind, gar ein Bein, ein Arm achtlos ins Wasser gehängt wird, dann kann ein Hai nicht widerstehen und auch einem Boot gefährlich werden. Einen Arm, ein Bein blitzschnell vom Körper zu amputieren, ist für ihn einer seiner leichtesten Übungen. Kaum nimmt der Gebissene es wahr. Es geschieht in Bruchteilen von Sekunden mit mehreren Reihen rasiermesserscharfer Zähne. Folge 49% aller so Angegriffenen sterben an Blutverlust und Schock. Dass es nicht mehr sind, liegt daran, dass viele solcher Unfälle in Boots- und Küstennähe geschehen und zur Forthilfe möglich ist. Abbindungen, Bluttransfusionen, herzstärkende Mittel. Desalleeinschwimmers Chancen sind weit geringer. Sie liegen im Vorbeugen. Er schwimmt ruhig. Er sucht die Oberfläche stetig nach herannahenden Hai-Rückenflossen ab. Sieht er eine, schwimmt er darauf zu. Es muss auf den Hai nicht unbedingt wie Angriff wirken. Es genügt, ihm zu zeigen, dass man keine Angst hat. Das macht den mutigsten Hai instinktiv vorsichtig. Der Schwimmer passt nicht in sein übliches Beuteschema. Und das ist die Hoffnung des Schwimmers. Behalte ihn im Auge, wenn er dich nun umkreist. Schreie ihn an. Das kennt er nicht. Das irritiert ihn. Selbst wenn er auf Tuchfühlung herankommt, zwinge dich zur grössten Ruhe. Hätte er keine Angst vor dir, würde er nicht kreisen, sondern gleich zuschnappen. Also ist er sich zumindest unsicher. Vermeide Verletzungen an seiner raspelartigen Haut. Behalte schon deshalb die Kleidung an. Boxe ihn mit einem Gegenstand, deiner Unterwasserkamera, deinem Schuh oder der stoffumwickelten Faust. Solltest du ein chemisches Haiabwehrmittel besitzen, so neble dich damit ein. Er hat angriffshemmende Wirkung auf die Tiere und gibt dir psychologisch Kraft. Das wirksamste Mittel dieser Kategorie ist Ammoniumacetat. Es ist diejenige chemische Substanz, die sich in faulendem Haifleisch bildet. Und das schreckt Haie bis zu einem gewissen Grad ab. Auch der dunkle Farbstoff, Nikrosin, wirkt abweisend und fresshemmend. Bootsfahrer sollten es mit sich führen. Aber Chemikalien sind grundsätzlich keine hundertprozentige Hilfen, keinesfalls langfristig. Es gibt Fälle, wo die Haie sogar die ganzen Abwehrpackungen verschlungen haben. Der Hans-Hass-Stock kann optimal nur benutzt werden in Verbindung mit Brille, Flossen, Schnorchel oder gar Pressluft. Erst dann sieht man den oder die Haie deutlich, bewegt sich sicher wie ein Fisch und kann gezielt reagieren. Ist man zu zweit, gibt man sich Rückendeckung. Ist man allein, versucht man eine Felswand als Rückenschutz zu erreichen. Niemand hat 360-Grad-Augen und ständiges, aufgeregtes Herumwirbeln des Kopfes signalisiert Angst, reizt zur Attacke. Bei einer Prügelei von Mensch zu Mensch würde man sich genauso zu decken versuchen. Taucher gehen grundsätzlich nie allein ins Wasser und sind, mit etwas Erfahrung, dann so gut wie nicht gefährdet. Sie sollten aber auch daran denken, harponierte Fische schnell aus dem Wasser zu bringen und auf keinen Fall einfach an den Gürtel zu hängen. Wer mehr über Haie wissen will, mag sich das Heftchen »Haie – Angriff – Abwehrarten« von Eibel Eibesfeld beschaffen. Er wird sein Vorurteil gegen diese blutrünstigen Killer nach Ablegen der instinktiven und anerzogenen Angst revidieren und die Eleganz und Schönheit der Haie erkennen und bewundern lernen. Die – anerzogenen cabeça von Eibel Eini